Hallo zusammen, heute geht es um das Thema Brechung, also die Brechung des Lichts. Und wir erinnern uns vielleicht an das Thema Reflexion. Da hatten wir hier eine ganz glatte Oberfläche und das Licht fiel ein mit einem gewissen Winkel, wie der Lichtstrahl auf diese Oberfläche, und wurde dann im selben Winkel wieder reflektiert. Der Winkel wurde gemessen hier zur senkrechten. Das war hier der Einfallswinkel. Theta E, und das hier war der Reflexionswinkel, Theta R. Und die beiden Winkel waren gleich bei der Spiegelung. Jetzt wollen wir uns mal einen anders gestrickten Fall anschauen. Wir haben auch wieder so eine Fläche, und diesmal sollte das aber eine Grenzfläche sein, eine Grenzfläche zwischen zwei Medien. Und da soll der Lichtstrahl wieder einfallen, so ein Lichtstrahl haben wir, genau wie im anderen Bild, fällt der Lichtstrahl hier ein auf diese Fläche. Wir haben also oben ein Medium, das könnte zum Beispiel das Vakuum sein. Nehmen wir mal das Vakuum, da ist das Licht am allerschnellsten. Da drunter, das könnte zum Beispiel Wasser sein. Obwohl, Wasser ist eigentlich schmarrn. Wasser kann überhaupt nicht ans Vakuum angrenzen. Das würde ja sofort verdampfen und sich da sozusagen im ganzen freien Raum verteilen. Ne, also Quatsch. Gehen wir nochmal zurück. Nehmen wir nicht Wasser, nehmen wir irgendeinen festen Stoff. Nehmen wir Glas hier. Das ist realistisch. Wir fahren da mit einem Raumschiff und da fällt ein Lichtstrahl von außen an das Fenster. Und es ist die Frage, wie geht der Lichtstrahl weiter hier in dem Glas. Und tatsächlich würde es so sein, na nehmen wir erstmal die Senkrechte hier. Also wenn das wieder die Senkrechte ist, die machen wir diesmal hier ganz durch. Dann wird der Lichtstrahl etwas näher an die Senkrechte rangehen. Er wird also nicht so weiter gehen, wie er das täte, wenn er nicht auf diese Grenze gestoßen wäre, sondern er wird hier so ein bisschen näher an die Senkrechte rangehen. Und das hier, das wäre wieder unser Einfallswinkel. Also sagen wir diesmal, nehmen wir diesmal Theta 1. Und das hier ist der Brechungswinkel. Das ist unser Theta 2. Und das heißt, das ist dann der Brechungswinkel. Brechungs... Brechungswinkel. Bevor wir das Brechungsgesetz aufschreiben, schauen wir uns mal etwas an, was uns hilft zu verstehen, wie sich das Licht da verhält. Und dazu schauen wir mal auf ein Auto. Also stellen wir uns vor, das wäre ein Auto und zwar von oben gesehen. Das heißt, hier oben wäre diese Fahrerkabine. Und hier wären die vier Räder. Und das Auto soll hier eine Straße gerade entlangfahren. Und dann käme es an eine Stelle, was weiß ich, vielleicht war da ein Fluss über das Ufer getreten. Und er hat dann eine Menge Schlamm auf dieser Straße abgeladen. Und hier, das wäre also alles Schlamm. Hier ist der Schlamm. Gehen wir ein bisschen hoch. Also da ist der Schlamm. Und was passiert denn jetzt, wenn dieses Auto genau an diese Stelle hinkommt? Und zwar schauen wir uns mal an, was passiert, wenn jetzt das Vorderrad hier, dieses Vorderrad, als erstes diesen Schlamm berührt. Dann sieht das nämlich so aus. Dann ist das Auto gerade hier. Und dieses eine Rad, das steckt schon in dem Schlamm drin. Und die anderen Räder, die sind alle noch auf der Straße hier. So sieht das dann aus. Im Schlamm hat das Rad natürlich sehr viel mehr Widerstand als auf der Asphaltstraße. Das heißt, dieses Rad wird eigentlich abgebremst. Es wird deutlich langsamer. Nehmen wir mal an, dass der Fahrer nichts macht. Der steigt nicht auf die Bremse. Der gibt nicht mehr Gas als vorher. Der lenkt nicht. Sondern er versucht hier ganz gerade durchzufahren. Aber ganz automatisch, weil sich dieses Rad hier abbremst, würde sich sein Auto ein bisschen nach dieser Seite hindrehen. Also vom Fahrer aus gesehen, würde sich das Auto ein bisschen nach rechts drehen. Und das Auto würde, nachdem dann alle Räder im Schlamm gelandet sind, würde das eher in dieser Richtung weiterfahren. Und zwar natürlich langsamer als vorher. Und die Richtung wäre leicht geändert. Also diese Richtungsänderung kommt dann dadurch zustande, dass hier eben das eine Rad, das rechte Vorderrad, als erstes in den Schlamm fährt. Dadurch bewirkt sich diese Richtungsänderung. Und dann fährt das Auto sozusagen in der neuen Richtung weiter. Das ist natürlich nur ein Bild. Es hilft uns vielleicht zu verstehen, in welche Richtung das Licht gebrochen wird. Es erklärt nicht, warum das Licht gebrochen wird. Denn das Licht kommt schließlich daher ohne Vorderräder. Man kann ja auch nicht von einer linken Seite oder einer rechten Seite des Lichtstrahls reden. Also zur Erklärung trägt das nichts bei. Aber es beschreibt das Verhalten des Lichtes recht gut. Und mit diesem Bild im Hinterkopf können wir auch gut verstehen, was passiert, wenn jetzt das Licht vom dichteren Medium, also von hier unten, ins Vakuum gehen würde. Also nehmen wir an, das Licht käme jetzt hier so von unten an diese Grenzfläche hin. In welche Richtung würde das abgebogen werden? Also wenn wir wieder unsere Senkrechte hier... Und wenn wir uns jetzt vorstellen, das wäre wieder dieses kleine Auto hier, dann wäre ja sozusagen dieses Rad, das wäre als erstes in dieser Schlammfläche... Nein, diesmal nicht in der Schlammfläche, sondern das wäre dann als erstes auf der Straße wieder. Das heißt, dieses Rad wäre das erste, was sich schnell bewegen kann, während alle anderen noch im Schlamm drinstecken und nur sich langsam bewegen können. Und dadurch, dass es schnell bewegen kann, würde das Auto also so eine Kurve nach der Seite hin machen. Und dementsprechend würden wir auch erwarten, dass hier der Winkel, der hier so groß war, wäre hier größer. Der Winkel würde hier größer werden und der Lichtstrahl ginge hier in diese Richtung in das Vakuum hinein. Also ihr seht schon, das Bild hilft uns, um die Richtung hier vorauszusagen. Das Bild hilft uns nicht, wenn es darum geht, zu verstehen, warum das jetzt tatsächlich passiert. Ja, und bevor wir jetzt das Gesetz aufschreiben, malen wir nochmal genau auf, was wir dazu brauchen. Wir brauchen hier diese Grenzfläche. Und diesmal sagen wir allgemein, das ist die Grenzfläche zwischen zwei verschiedenen Medien. Also das ist Medium 1 und Medium 2. Und dann mögen unterschiedliche Materialien sein. Das kann jetzt wieder Vakuum und Glas sein. Das kann aber auch Ölschicht und Wasser sein. Was auch immer. Wir wollen das Gesetz hier ganz für den allgemeinen Fall formulieren. Also hier käme das Licht wieder rein. So, und das könnten wir ja auch als Geschwindigkeitsvektor verstehen hier. Dann wäre so zu sagen, dass die Geschwindigkeit hier unten im dichteren Material wäre entsprechend kleiner und würde sich dann hier, wie wir gesehen haben, hin zu dieser senkrechten, dieser Brechungswinkel, der wird dann ein bisschen kleiner als der Einfallswinkel und der Winkel würde wieder gemessen hier zur senkrechten hin. Und der Einfallswinkel wäre das hier, das wäre mein Theta 1 und der Brechungswinkel wäre das hier und das wäre unser Theta 2. Die Geschwindigkeit hier, also die Geschwindigkeit des Lichts in diesem Medium, das wäre hier oben mein V1 und hier unten die Geschwindigkeit ist mein V2. Da kommt diese materialabhängige Komponente hin. Eine typische, oft gefundene Formulierung des Brechungsgesetzes heißt dann, dass V2, also die Geschwindigkeit im Medium 2, geteilt durch den Sinus, den Sinus von Theta 2, das ist dann gleich der Geschwindigkeit im anderen Medium und dem Sinus von Theta 1. Also das mag jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert aussehen, aber keine Sorge, wir rechnen da auch ein paar Beispiele mit, damit ihr seht, wie ihr diese Gleichung hier anwenden könnt. Aber zunächst mal wollen wir das ein bisschen umformen. Es gibt nämlich noch eine andere Schreibweise, die ihr auch oft findet und diese andere Schreibweise benutzt den Brechungsindex. Das ist der Brechungsindex. Und der wird abgekürzt mit dem Buchstaben N. Und der ist natürlich eine Materialgröße, das heißt hier oben wäre ein Brechungsindex N1 und hier unten wäre es ein Brechungsindex N2. Und der Brechungsindex, das ist definiert als das Verhältnis zwischen der Lichtgeschwindigkeit, der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum und der Lichtgeschwindigkeit in dem entsprechenden Medium. Und C, die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, das kennen wir ja, das war das C, das waren die 300.000 km pro Sekunde. Ungefähr, also nicht ganz genau so, aber es ist sehr nah dran, an den 300.000 km pro Sekunde. Und da unten im Medium ist die Geschwindigkeit typischerweise ein bisschen niedriger. Das heißt, der Brechungsindex ist etwas, was auf jeden Fall größer als 1 ist. Und je geringer die Geschwindigkeit unten in dem Medium ist, desto größer ist der Brechungsindex. Versuchen wir mal diese Gleichung jetzt umzuformulieren mit Hilfe des Brechungsindexes. Also wir haben ja hier gesagt V2 und V2 zu Sinus Theta 2 ist gleich V1 zu Sinus Theta 1. Und dieses V2 und V1 versuchen wir mal hier zu ersetzen mit dem Brechungsindex. Wenn wir das nach V auflösen hier, dann würden wir also beide Seiten mit V multiplizieren. Da stände ich hier V mal N ist gleich C. Also V mal N gleich C. Und wenn wir das wieder durch N teilen, würde dann da stehen V ist gleich C durch N. Und das ist das, was wir hier mal einsetzen. Wobei V2 natürlich ersetzt wird durch C durch N2. Und V1 wird ersetzt durch C durch N1. Also hätten wir dann C durch N2 durch Sinus Theta 2 ist gleich C durch N1 durch Sinus Theta 1. Tun wir das mal ganz gemütlich Stück für Stück umformen. Also wir drehen das einfach mal um hier. Also Sinus Theta 2 durch C durch N2 ist gleich Sinus Theta 1 durch C durch N1. Also einfach auf den Kopf gestellt haben wir das Ganze. Und jetzt können wir mal die linke Seite mit 1 multiplizieren. Und 1 in der Form von N2 geteilt durch N2. Und die rechte Seite machen wir das selber, aber wir multiplizieren mit N1 durch N1. Wir hätten dann, da stehen N2 mal Sinus Theta 2 geteilt durch, ja, da unten müsste ich auch mit N2 multiplizieren, aber N2 durch N2, das kürzt sich weg und es bleibt C übrig. Also das geteilt durch C ist gleich N1 mal Sinus Theta 1 geteilt durch C. Und wir sehen, dass C brauchen wir auch nicht mehr. Und dann kommen wir gleich zu der anderen Form des Brechungsgesetzes. Das heißt N2 mal Sinus Theta 2 ist gleich N1 mal Sinus Theta 1. Also das wäre sozusagen die andere Form des Brechungsgesetzes. Und die entspricht genau diesem Gesetz, nur dass hier oben die Geschwindigkeiten verwendet werden. Und wir haben hier den Brechungsindex verwendet. Und einmal ein paar Beispiele zu dem Brechungsindex habe ich hier mal aufgeschrieben. Also sagen, eine kleine Vorschau hier auf das nächste Video, da sehen wir gleich, dass wir uns da auch mit einem Beispiel der Lichtbrechung beschäftigen wollen, nämlich dieser Strohhalm. Und hier, das wollte ich eigentlich sagen, hier, da haben wir diese verschiedenen Brechungsindex aufgeschrieben. Im Vakuum ist der Brechungsindex natürlich 1, denn N war ja definiert als die Geschwindigkeit des Lichts im Vakuum, geteilt durch die Geschwindigkeit des Lichts im Medium. Und wenn das Vakuum das Medium ist, dann ist es natürlich auch C. Das heißt, für das Vakuum ist N natürlich gleich 1. Wir sehen, für Luft ist der Brechungsindex ganz, ganz nah bei dem Wert des Vakuums. Aber dann im Wasser wird das Licht dann deutlich langsamer und ganz langsam wird es dann im Diamanten. Also im Diamanten bewegt sich das Licht mit weniger als der Hälfte seiner Geschwindigkeit im Vakuum. Ja, und wie gesagt, im nächsten Video gehen wir auch auf ein paar Beispiele genauer ein. Und da werden wir auch ein paar Beispiele zum Brechungsgesetz rechnen. Hallo zusammen. Wie angekündigt, möchte ich jetzt mal zwei einfache Aufgaben zum Brechungsgesetz rechnen. Machen wir es uns leicht, wir nehmen hier Luft. Also hier oben soll Luft sein und drunter soll eine Wasserfläche sein. Hier drunter ist dann das Wasser. Und der Lichtstrahl soll hier aus der Luft kommen, auf das Wasser treffen. Hier brauchen wir die Senkrechte, weil alle Winkel werden jetzt zu dieser Senkrechten gemessen. Das hier ist der Einfallswinkel und der soll betragen 35 Grad, sagen wir mal. Das soll 35 Grad sein hier. Der Lichtstrahl wird an der Grenzfläche gebrochen, geht weiter im Wasser. Und zwar wird er näher an die Senkrechte herangehen. Der wird also so weiter laufen. Der Winkel hier wird kleiner sein als 35 Grad und den nennen wir mal Theta. Und das ist Theta 2 und das ist die gesuchte Größe. Das wollen wir ausrechnen. Wie groß ist dieser Winkel? Wenn ihr euch jetzt fragt, wieso wird der Winkel kleiner hier, dann schaut doch am besten noch mal das Video zum Thema Brechung an. Da ist das genau erklärt. Ich benutze gerne dieses Bild mit dem Auto. Dass da ein Auto hier ran fährt und hier unten ist sozusagen der schlammige Teil. Wenn jetzt das rechte Rad als erstes in diesen Schlamm reinkommt, dann wird das Auto einfach ein bisschen nach der Seite gedreht und geht dann in diese Richtung weiter. Das Brechungsgesetz gab es ja in zwei Formen. Wir benutzen mal die Formel mit dem Brechungsindex, weil wir haben hier schön diese Indizes ja schon vorgegeben. Das Brechungsgesetz in dem Fall würde ja lauten, wir haben den Brechungsindex von der Luft mal dem Sinus von dem 35 Grad, von dem Einfallswinkel, ist gleich der Brechungsindex vom Wasser mal dem Sinus von unserem unbekannten Winkel Theta 2. Und wenn wir das einsetzen, der Brechungsindex von der Luft, den können wir ja hier als 1 einsetzen, weil so genau rechnen wir ja gar nicht, dass wir jetzt diese fünfte Stelle hinter dem Komma hier bräuchten. Also einmal Sinus 35 Grad und der Brechungsindex vom Wasser, das war unsere 1,33, also ist gleich 1,33 mal dem Sinus unseres gesuchten Winkels. Und wenn wir beide Seiten jetzt mit 1,33 teilen, dann kriegen wir hier Sinus 35 Grad geteilt durch 1,33, das ist gleich, das hat sich weggekürzt und das bleibt hier übrig Sinus Theta 2. Dazu könnten wir jetzt mal einen Taschenrechner gebrauchen, also hole ich mir jetzt mal hier den Taschenrechner raus, aus dem HP Museum, rechnen wir uns mal den Sinus, also habe ich hier 35 Grad und den Sinus davon, das sind die 0,57 und das muss ich jetzt teilen durch 1,33 geteilt durch ist gleich 0,43. Also da bleibt dann stehen, 0,43, das ist mein Sinus Theta 2. So und jetzt wissen wir auch, wozu wir die Umkehrfunktion des Sinus brauchen können, diesen Arcus Sinus, genau für so eine Situation. Wenden wir einfach den Arcus Sinus hier auf beide Seiten an, dann haben wir, hier stehen also der Arcus Sinus von 0,43, ist dann gleich der Arcus Sinus vom Sinus und nachdem Arcus Sinus die Umkehrfunktion des Sinus ist, hebt sich das auf und es bleibt übrig der Winkel Theta 2. Und das geht mit dem Taschenrechner natürlich auch super einfach, da brauche ich bloß hier diesen Sinus hoch minus 1 zu tippen und dann kriege ich schon den Wert in Grad dieses Winkels Theta 2 raus, 25,5 Grad, so groß sollte der sein. Also hier habe ich also 25,5 Grad, das ist mein Winkel Theta 2. Ja, ihr seht schon, das Rechnungsgesetz sah komplizierter aus, als es eigentlich ist, damit lässt sich doch eigentlich recht gut rechnen. Machen wir gleich noch ein zweites Beispiel dazu. Diesmal, diesmal sagen wir, wollen wir ein Vakuum haben, also hier, hier soll das Vakuum sein, das Vakuum. Auf der anderen Seite, gut, da, sagen wir mal, haben wir ein unbekanntes Material, das kennen wir nicht. Also mein Material, Fragezeichen, das ist das, das können wir vielleicht aus dem Verlauf der Strahlen, der Lichtstrahlen heraus bestimmen. Ja, wir könnten ja einfach mal sagen, wir nehmen den Lichtstrahl, der soll hier so an die Grenzfläche hinkommen. Hier machen wir wieder unsere senkrechte Reihen, senkrecht zu dieser Fläche. Das heißt, wir haben den Eiferswinkel hier und den Eiferswinkel, den, sagen wir mal, das sollen die 30 Grad sein. Und der Lichtstrahl wird dann gebrochen. Auch wenn wir das Material nicht kennen, dann wissen wir doch, dass es dichter ist als das Vakuum. Also das, so viel steht auf jeden Fall mal fest. Und weil es das dichtere Material ist, heißt das, dass der Winkel, dass der Brechungswinkel also größer ist als der Einfallswinkel. Das heißt, der Lichtstrahl wird in diese Richtung hier vielleicht gebrochen. Und dann habe ich hier den Brechungswinkel und der wird auf jeden Fall, und der wird größer sein als 30 Grad. Und den nehmen wir mal an, das soll mal 50 Grad sein. Sagen wir mal, der Brechungsindex hier, das soll 50 Grad sein. Und aus diesen Angaben kann ich dann den Brechungsindex von diesem Material bestimmen. Und vielleicht kriege ich dann raus, wenn ich in dieser Tabelle hier nachschaue, vielleicht kriege ich dann raus, um was für ein Material es sich da überhaupt handelt. Das Brechungsgesetz lautet, nehmen wir das wieder in der Form wieder oben. Das würde dann leisten, also für den einfallenden Strahl wäre zu sagen, dass der Brechungsindex dieses unbekannten Materials mal dem Sinus 30 Grad, das ist der Brechungsindex dann vom Vakuum mal dem Sinus des Brechungswinkels, das sind ja die 50 Grad. Und das heißt, der Brechungsindex des Materials mal Sinus 30 Grad, gut, der Brechungsindex des Vakuum, das ist nun Grad gleich 1, das ist dann also direkt der Sinus von 50 Grad, jetzt kann ich durch Sinus 30 Grad teilen, das heißt, ich habe dann schon den Brechungsindex des Materials, das ist dann Sinus von 50 Grad geteilt durch Sinus von 30 Grad. Da hole ich nochmal den Taschenrechner raus, 50 Grad, 50 Grad den Sinus, das sind 0,776, und da möchte ich teilen durch den Sinus von 30 Grad, das waren doch 0,5, ja, 0,5 waren das, und wenn ich das teile, dann bleibt mir 1,53 hier stehen. Also, ein Brechungsindex nm, das ist gleich 1,53. Jetzt können wir mal nachschauen, finden wir den Wert vielleicht da oben auf der Tabelle? Ja, tatsächlich, Glas 1,52, das liegt da in der Nähe, es dürfte also irgendeine Glassorte sein, hier unser unbekanntes Material, dann würde das mit den 30 und 50 Grad wunderbar hinkommen. Wir können sogar noch was ausrechnen, der Brechungsindex war ja die Geschwindigkeit des Lichts im Vakuum, geteilt durch die Geschwindigkeit des Lichts im Medium. Und wir können dadurch auch mit Hilfe dieses Brechungsindexes die Geschwindigkeit des Lichts in diesem Material hier ausrechnen. Also wir drehen das bloß um, dann hätten wir hier V ist gleich C durch N, durch den Brechungsindex, und wenn wir das einsetzen, dann wäre die Geschwindigkeit des Lichts eher in dem Medium gleich der Lichtgeschwindigkeit von 300.000 km pro Sekunde, geteilt durch, und mein Brechungsindex war ja gerade 1,53. Ja, dann nehme ich mal den Taschenrechner raus, dann habe ich hier also 300.000 und ich will geteilen durch 1,53, das gibt mir also 196.000, ungefähr 196.000. Kilometer pro Sekunde. So schnell ist das Licht hier in diesem Material drin. Ja, das wäre es eigentlich schon. Ihr seht schon, es ist keine große Hexerei hier mit dem Brechungsgesetz gut umzugehen. Ja, das wäre es eigentlich schon.